TT, bitte. Nee, bitte T. Nee, bitte TT. Lass uns einfach reinficken. Hä? Auf einmal sind meine Mauseinstellungen so scheiße. Natürlich scheiße. Besonders für CSGO sind scheiß Mauseinstellungen nicht gut. Scheiße. Wer hat denn da alles gesmoked, ey? Okay. Guten alten Zeiten, als man in der Base stehen konnte und sich so vieles demonstrieren wollte. Danke, danke, dass die bei uns in der Base rumpimmeln. Danke. Danke, oh Herr, ich will dir danken, dass ich danken darf. Da sagt Jonas erst mal gar nichts mehr. Da ist Ruhe im Kopf. Klar! Klar! Mit der AWP gebe ich ihm nur ein 99 in 1. Finde den Fehler bitte, finde den Fehler. Er gibt mir 1 in... Hot. So, Gerd. fubsch YouTub Brand! F*** dich, Sven. He? Was? ÖÖhe, la berlimma. Oh, Loll. Ölalapalemma blanka… Come on! Nanananananana... My freedom is we... Hmm... Oder irgendwie so... Scheiße, mann... We push... Äh? Das wird ein Fake, B. Wir faken hier so ein bisschen... Digo is out! Das ist ein Hardfire-Witzel. Oh, jetzt können wir... A ist niemand, lol. Ja, sag ich ja! Eine Ködergranate und einmal so Mittelauben. Lol. Hacker. Böse Hacker. Einer mindestens. Schwartz, 60 AP. Zwei Schwartz. Zwei Schwartz. Zwei Schwartz. Zwei Schwartz. So ein Fall-Retard, ey. Ja, kann man ruhig mal klatschen, Jungs. Ja, wenn Gegner nicht zurückschießen. I Fake A, B Wash. Kann man nicht B rushen, wenn man A faken will. Fuck. Ja, niemand hat die Bombe. Super. Nein, super. Super Oh, window, 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 ist los Habt ihr den? Ich hab einen gesehen, der ist CT Ich fass grad das auf Ich hab's dir die alle angeschossen, Bobby Ja genau, ich hab mich die alle angeschossen Was machen wir, Jungs? Einen Assist hast du, Mongo Hast dir alle angeschossen Jungs, was machen wir? Jungs! Einfach draufrennen Auf weh, gut Machen wir einfach den Pferdegerd Ja, einfach den Pferdegerd Junge, der ist aber brünzig Und der will nicht aus dem Gerds Pferdestall Hier mein WLAN heißt übrigens Mein WLAN, ich hatte keine Ahnung, wie ich mein WLAN nennen soll Da hab ich das Gerds Pferdestall gedacht Ja, so? Ja, ja, kein Scheiß Ich plante, ja Oh leil, ich hätte fast Razor an den Kopfschuss gegeben Einen Kopfschuss Ach, ist eh nur noch eine, ne? Mein Danke, danke, Alter So, ey, du hast du ja Er war auf mega low HP Hätt ich dich getroffen, wärst du vielleicht tot gewesen Ich weiß Was? Risiko, Jungs Risiko Ja, lass mal mal B gehen, ja? Ahhhh Lass A gehen Ne, ich versuch, nicht auf B zu tun Ich geb B Machen Niemand guckt, wo irgendjemand mich geht Scheiße Was war's für den Pferd? Lass mal anfangen Danke 84 HP Oh, wir können eigentlich durch, ne? Ich plante Der hat natürlich ne AWP, ist ja klar AWP? AWP Meine Fresse Oh Terrorists win Boah, könnt ihr mal aufhören, alle so schnell zu töten? Ich seh die Gegner gar nicht mehr Niemand wird auf den letzten Platz sein, wenn du mitspielst Ja, das kann ich, kann ich gut verstehen Der wird jetzt hier volles Risiko gespielt 2 1 Risiko Ich hab 10, 5 noch fast schnell Ich geh ganz hier vorne an die Kante Ich stelle mich einfach auf Ich geh einfach rein drauf Was wird denn jetzt hier jetzt machen? Ah Ah Spaß Der wird zockt, ja Wuuuuh Wuuuuh Grenade Hä? Was macht denn das? Seid ihr schon auf A? Jupp Naja Ja Scheiße, Bombe liegt Mitte, ne Der hat noch 74 Ne, 64 Ah ja, der war vor mir Der war Cutters Der war Cutters unten Flowing fire Ich hab ihn nicht gesehen, sorry Cutters ist er Das ist mir scheiße, wie da drin ist Flowing a Flashback Blanchet, Alter Blanchet, Alter Blanchet, Alter Nein, lass Tobi doch nicht plänen Der ist so nah mit seinen Punkten an mir Ah Kinders Hä, ich bin näher an den Punkten bei dir Naja, Tobi, bevor man plänen hat er 11 Punkte Oh, eins ist Tobi noch weiter weg Scheiße Ach ja, äh Da war's das schon wieder Was denn? Zack, hab ich ihm Hatter gedrückt Happy Birthday Ferdiger redet von mir, dass er mich einholen will Und ist letzter Wie verarschen Jungs, Jungs Ich spiel 3-2 Was wollt ihr eigentlich? Ich spiel, ich viele wenigstens nicht Das ist schon mal was Das stimmt, ja Du hast, äh, mit dem anderen die meisten Tote Ja, super, das Ihr habt auch nur ein weniger gespassen, ey Ey, jetzt warum ihr? Re, Rezo, wenn das gleich so weitergeht, dann kriegst du von mir nen Tod Dann hast du genauso viele wie ich Glaub ich nicht Ich wohl Ich glaub nicht, dass du allein in die Rune gehst Wartenfaker Witzig Alter, da ist noch einer, der ist da direkt hinter der Tür Bombe liegt Mitte Der mit Famaster steht links neben der Tür Ich hab ihn richtig rein reingedrückt, ey 68 in 2 Oh, Mario Darf ich da kreppeln? Da kommt einer von den Dann nehmt euch die Bombe und geht zu B, ey Was macht ihr da überhaupt? Ich will nicht planten, ich will den scheiß Kill haben Du hast auch fürs Planten Punkte, du Mongo Genau Überholst mich jetzt wahrscheinlich Na egal Ne, du ziehst gleich Kriegst 2 Punkte fürs Planten, ne? Ich hoffe, ich stehe, Mario Warum? Ja, weiß ich nicht Dann machst du noch nen Kill, dann holst du mich wieder ein Terrorist Gott sei Dank Tobi, ich muss keinen Kill holen Gott sei Dank, ey Schau mal auf die Etappe Hm? Wie das denn? Pferdegerd hat aufgeholt Das ist... Ich hab den schon voll angedamaged Was ne Scheiße Schiebung Macht euch lieber Gedanken darum, dass Pferdegerd euch auf den Fersen ist Pferdegerd aus dem Pferdestall Siehste mal, so geht das Ja, wenn da drei Arven stehen, dass irgendwer da drüben trifft, ist klar Ja, aber durch die, ne? Wollte ich nur mal so sagen B ist clear Ganz clear? Ja, B ist clear Ja, dann plante doch Oh, yo, ist gar nicht clear Ja, wo war der denn? War nicht bei mir Der war Double Doors Äh, nicht Double Doors Die Doors da halt Scheiße! Scheiße! Kacke, ey Boah, das hab ich mir so schön gedacht Aber dann geht er zurück und nicht vor Was ein Wichsgesicht Ich cut das Mario stinkt immer noch Ja, achso! Mario stinkt immer noch kacke, ey Abgloss Ist der schon... Jetzt hat der andere mich auch noch überrascht Ist halt doch scheiße Nein, übelst scheiße Ach, fickt euch doch alle Alter, wir spielen 7-0, Jungs Vielleicht nochmal ein 16-0, das wär toll So, genau Einer B Hm? Nur einer B Hm? Ja, ich komm mit B So sieht das nämlich aus Ist B clear? Ne, ne? Noch nicht Nö Da ist noch einer, jetzt ist B clear Ah, da hinten, von hinten, 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 hinten Wo? Ja, toll Ja, toll Meine Fresse, danke für die coolen Calls Da ist ne Opa Na, wie fehlt man sich das, ne Opa? WCF Mitte Und Short war der, glaub ich Nehm noch zwei Short war der letzte Drei Jahre, du brauchst um den umzubringen Der letzte ist B Ja, der steht da mit ner Dingens Ja Habt ihr die AWP gehockt? Äh, gecaved? Ja, aber kann ja sein, dass er die geholt hat Ach, ich bin schon ganz fummelig Ich auch Alter, erst Glaub ich sechs Loyal Games verloren, Alter Verdient War so richtig scheiße Ja, deine Mutter Keine Mutter, Alter Was hast du heute die ganze Zeit mit meiner Mutter, Alter? Ja, weiß ich nicht Die riecht mich irgendwie auf Na ja Wenn du meine Mutter kennen würdest, dann würdest du echt Aha, da darf sie dann ein Strand sein Der steht an der Ecke Ich bin, ich bin Sven und warte bis ich gekillt werde Blend doch einfach Geht an die Ecke, blend Will er doch Oh Gott Ja genau, mitten auf dem Spot Stell dich doch eben hinter die Kiste Leg die verdammte Bombe, mein Vater Keine Güte, ey Hat nach Ja, voll totes ab Du bist so dumm, ey Du bist so ein dummer Junge, ey Ohne Scheiß Fickt euch doch Ohne Scheiß Ohne Scheiß Tobi Tobi Wie so ein Bot, ey Tobi 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 Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Komm auf den Boden, zurück, ey Das war so lustig, aber das tut mir leid Du, du Ja, du bist nicht der Hanem-Korb hier, ne? Das ist, das ist immer noch Hex or Razor Hex or Razor ist der Hanem-Korb Deine Mütter Deine Mütter Hex or Razor ist der Hanem-Korb Hex or Razor ist der Hanem-Korb Hex or Razor ist der Hanem-Korb Mh-mh Smoke! Smoke! B ist clear Ja Man ist nicht Doch! Ich steh hier auch weh, was geht hier eigentlich? Oh Gott, Pferdegerd lässt dich holen Ja, von hinten Pitsbolt, alter Ja, da ist auch noch von hinten So ist es einer als der Pferdegerd, also Oh, deine Mutter Hey Oh, merkste selber, ne? Oh ja, da ist der Pferdegerd, oder? Und da bin ich wieder vorne Ach Gott, ey Das kann doch nicht wahr sein, ey Kannst ruhig was probieren, wir haben genug Geld Außer Tobi Was aber ordentlich was probiert, ja Ja, ne, dass da auf einmal eine AWP wieder mitte steht Wir haben drei Leute, äh, vier Leute mit neuen Kills Und dann kommt Jonas Und dann kommt Jonas Oh, lass den armen Jonas doch in Ruhe Wer wüsst mich ja auch nicht nur Er hat mich dirty mal hören müssen Als wir Scheiße gespielt haben, wie er da abging Bullshit Lava Ring Advanced Bullshit Lava Ring 3B 3B? Eine AWP Klar Der, der mitte steht, hat wahrscheinlich meistens eine AWP Wie die Bats, ey Jeder Schuss ein Treffer, ey Und erst ich, Mario, Jonas Schild Der, der Außenseiter, der Unparteister, der holt ihn wieder Oh Gott, ey One Minute Remaining One Minute Remaining One Minute Remaining One Minute Remaining Flowing a Flashback Geh einfach planen Ja, aber glaubst du, was ich vorhab Chillen bis zum Gegner hier Plant safe Hey Runterziehen mal, Sven Sollen jetzt nicht nervös werden Sich nicht von Jonas verrückt machen Ich sag doch gar nicht so Pimmelkopf Direkt wieder drauf anspringt Ja, weiß ich Meine Headset war gerade leer und dann mach ich es wieder an Und dann redest du gerade über meinen Namen, ne Das ist dann ja schon, ja Offentant, ne? Offentant? Offentant Was ist die Shit ist das? Offentant 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 Sie sind doch alle kacke, ey Wo wollen wir hin? Wann bin ich vierter? Lass mal kurz, oder? Ich hab null Dollar Sind doch alle schlecht, ey Das stinkt doch mal Ich hab' nicht Ich hab' auch nicht Neul Ich hab' auch nicht Ich hab' auch nicht Da war einer bei draußen Einer war lang Wer hat mich gerade geholt Jawohl Da Da geht er Einer ist short Einer ist lang Einer kommt CT Viel Spaß CT ist Down Eliminiert Einer muss lang gucken Nur blöd, dass es immer noch drei Gegner sind Lang, lang kommt gepusht Ja, lang Lang, lang, lang Jetzt beide Von hinten, beide von hinten Ja, ja, wirklich kann ich viel Leute holen Mann Kann schon Ja, halt die Klappe Musst du bloß machen Ihr seid einfach nur schlecht seid ihr So sieht's aus Ja Was? Du sollst mal droppen Achso, nee Du kommst denn auf so'n Scheiß Will ich auch nicht tun Tobi würde ich nichts trauen Wer will? Wer will? Wo bist du denn? Achso Da bist du Wird's ja auch nicht gecarried werden Will ich auch nicht Ich will selber gewinnen Alles andere macht auch keinen Spaß Oh, sie haben sogar einen erwischt Oh, sie haben sogar einen erwischt Dann geht man auch auf Wie? Ja Kann man Ich bin schon drauf Der Hase dort So und nicht anders Genau Würdest du vielleicht einer planten? Ja Am besten die Bombe Kommt doch raus HALT Da ist noch einer mit Wer auch immer lila ist Der sollte auch passen Der war Katas Läuft der Jungs Ja Jungs Gut, ich guck auf Katas Kein Ding Ich kann nur Ich will dir niemand gönnen Du Na dann Deine Mö Du bist so'n Spacken Alter Ja genau Du kannst doch nicht zulassen Was du besser wirst Sonst nicht Tobi Nee, du bist aber trotzdem nicht Wir sind gerade wieder gleich auf Mario Ich hab ein Sternchen mehr Ich hab ein Sternchen mehr Ja toll Ich will die Bombe Ich spinne über dir drüber Ich hab ein Sternchen mehr Ich hab ein Sternchen mehr Ja und? Du musst ein paar Bomben planten Dann bin ich wieder auf einem Level Ein paar Bomben muss er planten Na, meiner Meinung nach Das ist aus Fuck Pferde Gerd Was hast du denn hier geholt? Ja Alter das ist fein Ach Ficken Alter Damit hab ich echt nicht gerechnet Ne? Ich drehe dich um Du wirst mir schon ein Wort gefahren Oh mein Gott Oh Gott Alter Kehrt er sich da doch in der Ecke ein Jonas, du bist Bombe? Vielleicht mal begehen? Ja, da kommt was durch die Mitte, ne? Ja und? Da ist ja einer Da hast ja noch nen Freund Wenn der stirbt Dann will ich mir Sorgen machen Aber Feuer nicht Piss dich! Boah, Junge Guck mal bitte aufs Window Oder auch nicht Ich guck Window Ne, der ist Cutters Der Spacko Ach, das ist nur noch einer? Äh, ja Der ist Cutters Das ist zu klar Oh, M4 M4 Ja, den will ich haben Oh, sogar gesilenced Du hast silenced M4 M4 Ja, ich spiel immer M4 Silent, spiel die M4 A4? Ja Ja Warum? Was ist der Vorteil? Mehr Muni, kannst sprayen Hast du mehr Magazine Aber ich kann besser mit M4 A1 um Ich find das voll geil Kann nur geben, das ist eine Die ist von dem Stats ja auch besser, aber Vergleich Zack, fertig Zack, fertig Zack, fertig Zack, fertig Mario Boi Du hast gleich gezogen Ich hab Mario Doch, gleich gezogen hat er Ja, aber ich hab doch einen Stern mehr als er, ne? Das ist einfach ausschlaggebend Mario Als nächstes nimm ich den Debord-Jury im Angriff Hahahaha 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 Ich hab so ne dreckige Lache Oh, ich hab Bombe Oh, ich hab Bombe Boah, war ne schöne Smoke Gronade 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 Butter, war ich das Ding Scheiße 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 Alter Wer war das denn auf der Kiste? Welcher voll auf Pferdegär Ach so ein Ja, Jungs, chill mal da auch Fühl ich netz da, wa? So eine Scheiße Hahahaha Hahahaha Alter, blabbern und ich hör nichts Kacke, ey Ja, hier geht das auch gar nicht mehr ums Gewinnen Hier gibt's einfach nur Werde, werde, werde Uuuuuh Ich bin Dritter Hahaha Neue Runde Pistol Round, Alter Ich kann mich mit einer Pistol Round Kann ich mir wieder Vordere Ende katapultieren hier Na Jungs, das ist schon mal ein gutes Zeichen an mich selber, ne? Wenn ich schon mit euch mithalten kann Da dauert es ja nicht mehr lange Ach komm, wir spielen, als wenn wir hier Serious spielen würden gerade Jaaaa, so sieht's aus Ich spiel auch nicht Serious Ich spiel auf halbem Niveau vielleicht Ja, du spielst nie Serious, ist der Unterschied Ich spiel, ich spiel nur zum Spaß an der Freude Ich geh A kurz Deploying Flashbang, grenade out Sieht nach B aus B A B Sauber Verpisst euch meine Kills B Counter Terrorists win Siehste? Zack ist er wieder auf Platz Zwei! Hahaha Ja, ja, aber warte kurz Ich will gleich wieder auf Platz Platz Zwei, warte mal Ich will gleich Platz Zwei Hahaha Hahaha Oh Gott ey Die Runde ist nicht mehr so lang Da kann ich noch ordentlich ruhig Jetzt geht's hier noch um die Ehre, Jungs Jetzt geht's hier einfach nur noch um die Ehre Und Mario muss jetzt noch ordentlich ruhig damit er schafft Weil der letzte ist der Wow, Noob Scheiß egal was Jawohl, Junge Warte, will ich euch alle kille dann Acer und Ja, wenn du uns alle killst bist du draußen mein Junge. Was für eine Rechte. Tobi, ich hab drei Teamkits. Tobi, ich hab drei Teamkits. Tobi, ich hab drei Teamkits bei. Mann, ey, hätt ich den in der Mitte noch geholt, dann wär ich vor Tobi jetzt. Das ist richtig intens, ey. Scheiße, Reiser holt, Alter. Dann klaut er mir den. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh Gott sei Dank. Nein, ich bin der letzte! Oh Gott, wir sind so drin auf... Oh, das ist letzte Runde. Ihr wollt mich fahren. Das ist letzte... Das ist letzte Runde, Alter. Oh, ich schrei hier rum, Alter. Richtig kranker Typ, ey. Oh, ich kann nicht mehr. Alter, das ist richtig intens jetzt. Jetzt ist es intens, Jungs. Ich glaub, ich rush jetzt, damit ich auch nicht was hole. Oh, Reiser hat sich schon mal festgesetzt. Ah, Reiser kann mir nur hart zu können. Ah, das gibt noch einen Assist dazu. Oder zwei. Nein. Gott sei. Ja, teilt sie auf. Teilt sie auf, die Kits. Wo ist der letzte? Nein. Ich kann schon gar nicht schaffen. Ich bin schon letzter. Meiße. Oh nein, ich bin dritter nur. Jonas, du kannst doch... Oh Mann. Jawohl, Junge. Oh Mann, warum hab ich denn nichts? Ich will auch mal so eine geile Sache kriegen. Und Kinder... Und Kinder... Ja. 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 Ja.